Liebe YouTube-Gemeinde, heute meine andere Aufsage, ihr seht, ich habe ein paar kleine Flecken. Ich hatte gerade noch zehn Runde hinter mir. Ich habe gewonnen, war ein sehr, sehr guter Kampf. War nicht einfach, aber trotz allem den. Gewonnen ist gewonnen, war tolle Atmosphäre hier in der Porsche Arena in Stuttgart und wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Und wie alles abgelaufen ist, der ganze Tag, der ganze Kampf, seht ihr in dem Vlog. Viel Spaß und bis nachher. Ja, ja. Das war's für heute. Ich fühle mich wieder. Okay. Meine Schweißdüsen habe ich so nicht unter Kontrolle. Es ist bemerkenswert, dass ich immer, wenn ich ihn täpe, meine Schweißdüsen verrückt spiele und ich immer da für den Elfmeter gehe. Weißt du, warum schlägst du immer so, Bruder? So, wie schlägst du immer so, Bruder? Ich bin ein Ding, da dich in der Karte will, wenn du auch so, Bruder, und ich bin so, Bruder. So, Bruder. So, Bruder. So, Bruder. So, Bruder. So, Bruder. Das war's für heute. Mit dem Jab, schön variabel mit dem Jab arbeiten. Du musst nichts anderes tun, was für die ganze Vortragung gemacht hast. Aus der Distanz. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Genau, genau da. Genau, genau, genau. Genau, wenn die Situation kommt, sehr gut, sehr gut. Bleib mal, bleib mal. Durch die Mitte schießen. Das war's für heute. Los, los, los. Los, los, los. Zebra, zebra, los. Zebra, zebra. Zebra. Zebra, zebra. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geh in die Kinnendöschchen! Bewege uns! Verhalt das Bein! Verhalt das Bein! Von draußen, von draußen! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Gerne von draußen, gerä nelmbä! Gerämpärn, gerämpärn! Die Teatmen ist stabilisch! Der Haden, der sich so stark aufwärts hat. Ich habe ein Kurssempfer, was wir sehen. Ich habe ein Kurssempfer, wer es dir. Ein Knacken in der Habe! Hingen wir weg! Esいる uns selbst, die du wir aus dem Weg machen! Der ist ein Wunsch! Er hat eine Vierbe aufwärtsinne! Der ist ein Wunsch! Der ist ein Wunsch! Er hat eine Vierbe! Aber die Auseinne! Bravo! Und wieder doch! Jaaaaaa! Bravo! Bravo! Zuckrun! Hselst Dettel drin, Dettel! Gula! Echt ihr rein! Eim 10, geben! Eim 10, geben! Eim 10, geben! Eim 10, geben! Koffe und Dettel! Jetta, Tic! Ich muss nicht mehr antworten. Wir atmen! Sehr gut, super! Einlöcke! Nein! Nein, der war ein langer Paar! Ohne, noch mal! Ohne, noch mal! Wieder tickt, wieder tickt! Hey! Indekumo! Hinrunda! Jawohl! Achtung! 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 Bravo! Schiri, Kinole! Ja, Kinole! Ja, Kinole! Ja, Kinole! 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 Whoeverで warrior Will they handle that? �רweg? Omega 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 Romeo Housing Rose 건 inner AE Red Forts Dez uo Wow! Iet den Kohlenkopf! 7 micamotor! Iet den Kohlenkopf! Synche driven Front zu started! Deine kein Platz, deine nein Sport! Ja, Mann! Lass die Hände nicht so gut machen, Geber! Ja! Die Zähne kam hoch! Geben die Steine! Die Flügel holen sie auf! Applaus Deko, 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 Deko! Deko, Deko, Deko! Deko, 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 Deko! Deko, 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 Deko! Auch wenn der Kampf vorbei ist, geht es trotzdem für mich weiter mit Neosabs. Ich benutze True Ea. Ich habe ja durch den Kampf natürlich auch weiterhin sehr viele Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine verloren, auch durch meine Erkältung. Hier haben wir Cola Flavor. Einen ganzen Löffel rein. Und ein bisschen schütteln. Mit dem Code Felix bekommt ihr meinen maximalen Rabatt. Also geht auf die Seite von Neosabs und deckt euch ein mit True Ea, Cola Flavor und mit diesem schönen Shaker. Respekt, Respekt, Respekt! Wir haben Respekt, Respekt, Respekt! Das ist Sport, der Bessere gewinnt. Er hat die Augen, ich akzeptiere. Aber ein Lücker! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen.